Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ja, was soll ich sagen? Das ist mir etwas unangenehm. Ich habe hier einen ziemlich großen Haul für euch. Und wenn ihr wissen möchtet, was so neu bei mir eingezogen ist, vielleicht welche Videos ich so auch in der nächsten Zeit plane oder welche vielleicht auch schon gemacht worden sind mit welchen Produkten, ja, hier ist das Futter. Wenn du Bock drauf hast zu sehen, was das ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß. Und im Video. Es gibt in diesem Video auch was zu gewinnen. Und zwar dieses wundervolle Pinsel-Set von Luxi. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Das ist wundervoll. Du hast hier was für das Gesicht mit dabei, für die Augen, für die Augenbrauen, wenn du möchtest. Mega praktisch tatsächlich. Könnt ihr auch bei Look Fantastic kaufen, wenn ihr möchtet. Da kommen wir gleich zu. Da war ich nämlich auch schon. Zuallererst habe ich hier etwas von Daltun. Da könnt ihr heute noch, also bis zum 17.12. mit Beauty Cloudy 20% auf alle sparen. Ich habe jetzt keine neuen Produkte mir bestellt, weil ich tatsächlich einiges noch da habe aus dem Adventskalender und diversen anderen Geschichten, wenn man verurteilt dort auch was bekommen hat und so. Wir haben ja auch diverse Events. Und ja, ich habe aber eine kleine Weihnachtspost bekommen. Daltun wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Und ja, da haben dann auch meine wundervollen, glorreichen drei unterschrieben. Und die wünschen mir auf jeden Fall alles Gute, freuen sich, dass ich ein Teil der Daltun Family bin. Und ja, ich freue mich. Und da gibt es ein bisschen was für die Seele. Einmal einen Glühfranz. Den roten Glühwein habe ich hier. Den werde ich mir dann genehmigen. Und dann ein kleines Naschi. Das ist von der Konditerei und Konfisserie Ramona Marder aus Deggendorf. Genau. Ja, das ist ja bei denen auch dort, wo sie sitzen. Und da freue ich mich sehr drüber. Das werde ich auch gleich mal in einer Drehpause naschen. Ich habe hier jetzt noch super viel, was ich euch zeigen möchte. Ich habe euch ganz, ganz viele der Produkte auch in der Infobox verlinkt. Ich muss immer etwas aufpassen. Ich habe maximal 5000 Zeichen frei. Und dann schauen wir mal, was davon ich verlinkt bekomme. Ich zeige euch zuallererst mal die Produkte, die ich von Lockfantastic sowohl zugeschickt bekommen habe, als auch mir selber bestellt habe. Da könnt ihr mit Claudi Welt ordentlich sparen. Das ist ein Code nur für euch. Solltet ihr über die Links in der Infobox bestellen, bekomme ich eine kleine Provision. Das finde ich immer ziemlich cool. Also hier habe ich von Anastasia Beverly Hills mir jetzt tatsächlich auch mal diese 9er Palette Sultry bestellt. Bin ich sehr gespannt drauf. Die hat ja, also Anastasia Beverly Hills, die Marke, die haben ja die Paletten, die wir damals halt auch so als Staple Paletten immer bei uns hatten, als kleine Paletten rausgebracht, als diese 9er Paletten. Und da bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt, was ich mit dieser Palette zaubern kann. Sieht wunderschön aus. Und ich hoffe, dass sie auch gut performen wird. Dieses Schwarz aus der Sultry Palette war auch schon exorbitant krass. Eine eher neutrale Palette. Aber man tendiert wahrscheinlich hier auch eher so zu dunkleren Looks. Und da bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist ABH so ein bisschen... Denen sind die Farben ausgegangen, die Ideen ausgegangen. Deswegen haben die sich gedacht, okay, wir machen jetzt mal im neuen Design die alten Paletten. Keine Ahnung, warum die das so machen. Ich feiere es auf jeden Fall. Also, ne, wird ausgetestet. Und dann habe ich hier von It Cosmetics das Heavenly Looks Limited Edition Two-Piece Brush Set mir bestellt. War richtig krass reduziert, denn die haben auch so ein Mega-Sale am Gange, ne, wo ihr dann halt ja auch nochmal zusätzlich sparen könnt. Und von diesen Pinseln haben auch so viele geschwärmt. Also allen voran Jennys Highlights. Und wenn die Frau von irgendwas schwärmt, dann ist meistens echt was dran. Und deswegen wollte ich mir das einfach mal anschauen. Habe ich jetzt, wie ihr seht, noch nicht ausgepackt. Da bin ich auch einfach mal gespannt drauf. It Cosmetics ist eine Marke, die ich auch sehr sympathisch finde. Also von denen habe ich auch schon allerhande Produkte in meiner Sammlung, ne, verwende ich auch sehr gerne. Und hiermit soll man Foundation einarbeiten können. Bin ich echt gespannt. Ich glaube, Maxim macht das auch. Hier hinten hast du auch noch so ein Concealer-Teil davon. Sehr interessant. Und dann halt diesen super schönen Powderpinsel. Und ich weiß gar nicht nur, wie viel das reduziert war. Schau. Das war auf jeden Fall viel reduziert. Oh, der ist schön fluffy. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Also finde ich ansprechend. Werde ich dann auch in Anwendung nehmen. Dann bin ich ja noch fleißig dabei, an meinem Full Face Laura Messier zu arbeiten. Und habe mir dann da jetzt nochmal ein paar Produkte noch bestellt. Ich hatte das auch bei Instagram mal gefragt, ob euch das so interessiert. Die ein oder andere fand das auch interessant. Und hat dann auch immer wieder kommentiert und gesagt, Mensch, unbedingt, ne. Und ja, deswegen habe ich mir da was bestellt. Und zwar auch Gott sei Dank gibt es von einigen Sachen Travel Size. Das finde ich persönlich immer ganz schön, weil ich teste halt auch super viel für euch, ne. Und dann macht das manchmal einfach keinen Sinn, wenn ich von allen die Full Size hätte. Ist dann vielleicht manchmal nicht so hübsch von der Verpackung her. Auf jeden Fall habe ich hier das Translucent Pure Setting Spray. Invisible Hydrating Setting Spray mit 30ml. Das hört sich schon mal sehr charmant an. Ja, wie gesagt, falls du Bock hast, abonniere gerne den Kanal. Den Kanal. Den Kanal. Dann verpasst du auch nicht das Full Face Laura Messier, was ich in Planung habe. Und weitere Videos, die hier gleich auch noch gezeigt werden, gespoilert werden. Pure Canvas Primer Illuminating habe ich hier auch noch mit 25ml. Ich hatte den eigentlich auch irgendwann schon mal da gehabt. Aber ich meine, dass er mir dann irgendwann mal gekippt war oder so. Auf jeden Fall möchte ich damit auch mein Full Face weiter erweitern. Genauso auch hier mit dem Eyebrow Pencil. Da bin ich sehr gespannt, ob die Farbe so hinhaut, ne. Das war auch ganz interessant. Als ich das bestellt hatte, waren auch viele der Sachen echt reduziert. Da ist nichts mehr drin. Das kann weg, oder? Das hört sich an, als wäre da was drin. Aber ich glaube, das ist nur diese Zwischenwand, oder? Ich schüttel nochmal. Ja, die Zwischenwand ist in der Farbe Blond. Und das sieht sehr ansprechend aus. Also, ne? Ist er anspitzbar? Ja, ist ein anspitzbarer Stift. Okay, sieht jetzt so auf den ersten Schwarz. Swatch relativ grün stichig aus, was ja leider sehr, sehr häufig der Fall ist. Mal gucken, wie das so dann in meinen Augenbrauen hinhaut. So, dann habe ich mir auch noch den Tinted Moisturizing Blush bestellt in der Farbe Mistral. Den fand ich ja ansprechend, ne. Ich bin in letzter Zeit sowieso etwas mehr auf diesem Liquid- und Stick-Trend mit aufgesprungen. Das ist aber eine Full-Size und, ja, 15ml sind hier drin. Da hoffe ich einfach mal, dass es dann auch schön funktioniert. Ich glaube, der hat einen leichten Schimmer auch mit dabei. Ein leichtes Gut, ganz schön derbe. Ne, wird getestet. Dann haben sich viele von euch auch gewünscht, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Too Faced ausprobiere. Und da habe ich mir zum einen diese Pillow Balm Collection bestellt, Warm & Spicy. Da hast du drei verschiedene Lippenprodukte drin. Und ich meine, dass ich schon mal den einen da hatte, diesen Original, ne. Den Hangover Balm. Und die schauen echt hübsch aus. Einer ist mit Schimmer. Einer ist durchsichtig. Einer... Du kannst fast schon kombinieren. Läuft. Naja, so schaut das auf jeden Fall aus. Und dann waren da halt drei Stück drin. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, um das so zu sagen. Und Too Faced wird immer weniger gezeigt. Die hatten jetzt auch schon den einen oder anderen Skandal, ne. Da ist auch einiges vorgefallen. Aber, ähm, ja, ich bin trotzdem auch noch so jemand. Ich verfall einfach schnell diesen Verpackungen. Auch dieses Riesen-Oschi-Ding habe ich mir gestellt. Mary Mary Make-Up von Too Faced. Nicht so die schönste Bezeichnung, finde ich persönlich. Aber, also, ne, ist jetzt nicht so super kreativ, aber gut. Ähm, das ist halt so eine Komplettpalette, wo du... Oh, das ist hübsch, ne. Ja, vor allem, ich finde es geil, wenn die... Die Umverpackung ist ja schön und gut. Aber wenn dann das Packaging vom Produkt selber auch so nice aussieht. Und das ist echt so groß wie mein Kopf. Das ist größer als mein Kopf. Brauche ich die Umverpackung noch? Nein. Ähm, ja, mit Engelchen drauf. Und hast du nicht gesehen. Und hier hast du halt so eine... Huch. Ähm, ja, so eine. Aber das ist nicht so super Billo-mäßig, wie wir das sonst so von den Pappverpackungen von der Haptik hier haben. Die haben das irgendwie ein bisschen verbessert, finde ich gut. Ähm, also wir haben hier so im Tannenbaum-Design die Lidschattenpalette quasi drin. Dann haben wir hier, äh, Blushes, einen Highlighter und einen Bronzer. Ne, kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das was ist. Die Töne sehen auch vielversprechender aus, als, ähm, dass Too Faced sich, äh, in letzter Zeit entwickelt hätte, um das mal so zu sagen. Ich kann jetzt ja mal ein paar Töne swatchen. Ich finde es übrigens schön, dass die Fändchen hier doch etwas größer sind, als, ähm, das so, ähm, ja. Ja, äh, bei den letzten Weihnachtsgeschichten der Fall war. Da hatte ich ja auch einiges, was etwas schwieriger war. Ich bin jetzt auf normale Art und Weise in die Töne mal reingegangen. Ähm, hab nicht jetzt irgendwie super doll gedrückt oder so. Ja, das sind wirklich sehr dezente Töne. Der ist geil. Der, der hat ein bisschen mehr Krawum dahinter. Aber das sind jetzt alles drei relative Toppertöne. Hm. Ich hatte mir gehofft, dass die Schimmertöne vielleicht etwas mehr können. Ja, schön den Rest so an meiner Hose abwischen. Muss ja eh nachher waschen. Okay, dann habe ich mir von Paco Rabanne das Eau de Parfum Olympia mal bestellt. Ähm, da haben so viele von geschwärmt. Und ich muss gestehen, als das Paket angekommen ist, habe ich das auch direkt, ähm, mal ausprobiert. Meine Schwiegermama war nämlich auch zu dem Zeitpunkt da. Und, äh, ich war da sehr gespannt drauf. Es ist ein sehr süßes Parfum. Also, ich finde den Duft edel. Ich hab den hier reingesprüht, ne? Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Also, das ist echt ein Duft für mich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jedem gefallen wird. Für mich ist es halt voll was. Ich hoffe nur, dass ich damit keine Kopfschmerzen bekomme, weil du hast schon das sehr, sehr Pudrige mit dabei. Und alles, was halt sehr, sehr pudrig ist, ist bei mir schnell, dass es Kopfschmerzen macht, ne? Also, wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch bei Look Fantastic sparen. Und auch bei Purish, wo ich jetzt zukomme. Denn Purish hat gerade diese mega End-of-Year-Sale-Geschichte am Start. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Und dann bekommt ihr nochmal mit Claudies Welt 10, 10% on top. Und dann haben wir auch noch unsere Purish-Woche am Start mit den wundervollen Mädels. Und heute müsste dann auch das Video, das letzte Video online kommen von Nina, vom Kanal Ninas Kosmetik. Oder hat die jetzt sich nicht auch irgendwie umbenannt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind dann alle Looks online. Ich verlinke euch mal im E-Mein-Video. Da habe ich auch alle anderen Videos drin verlinkt und so. Und alle meine Kolleginnen und so. Und jede von uns darf auch ein großes Purish-Paket verlosen. Also nehmt da super gerne dran teil. Und ich trage jetzt gerade auf meinen Augen eine Palette, die ich glaube fast jede von uns in ihren Videos getragen hat. Ich nicht. Ich habe andere verwendet. Das sieht auch sehr, sehr fancy aus. Sind aber nur vier Töne. Ich habe euch dazu auch ein Reel auf Instagram gemacht. Das ist einmal die Midnight Serenade Palette. Und die sieht auf jeden Fall schon mal richtig geil aus von Lidl. Da habe ich glaube ich gesagt. Da könnt ihr aktuell, ich glaube, 10% drauf sparen. Diese Motte, die hier mit am Start ist, die so in den Mond hinein fliegt. Kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Aber eine... Also das, was ich davon verwendet habe, ist fantastisch. Ich empfehle immer wieder, euch den NYX Glitter Glue auch immer wieder zur Hand zu nehmen. Wenn ihr halt so krasse Schimmertöne habt. Egal bei welcher Palette. Egal bei welcher Qualität. Ob es Essence ist. Ob es Pat McGrath ist. Gar keine Ahnung. Welche sonst noch teurer sind. Aber ne. Empfehle ich euch. Weil das hält. Ich habe mir vor Stunden diesen Komplettlook geschminkt. Und ich sehe keinen Glitzer in meinem Gesicht, der jetzt irgendwie runtergerieselt wäre. Und ich habe den auch schon das zweite Mal geschminkt. Ich hatte den einmal in einem Instagram live geschminkt. Und dann habe ich den jetzt für ein Reel heute nochmal nachgeschminkt. Und für halt die Videos, die ich drehe. Und ich bin verliebt. Also ich finde, das sind vier Töne einfach aus dieser Palette, die schon direkt das Ganze argumentieren, weswegen die Palette geil ist. Also ich habe einfach nur Crescenten verwendet. In der Lidfalte. Habe das mit Haven außen ein bisschen abgedunkelt. Und auch an den unteren Wimpernkranz gegeben. Dann Glitterglue. Continuum drauf gemacht. Und das ist dieser Ton, der hier komplett drauf ist. Und so grün-rosa schimmert. Der ist hammermäßig. Und in den Winkel habe ich mir Starlit gegeben. Auch der so blau. Es sieht fantastisch aus. Und ich finde, dass es jetzt nicht zu viel ist. Und also die Palette ist großartig. Ich finde die echt gut. Lidl hatte jetzt eine ganze Zeit lang auch Paletten gehabt, die immer besser von der Qualität her wurden. Also immer, wenn die halt auch in diesem eckigen Format waren, habe ich die hart gefeiert. Diese Two-Up und One-Up Palette weiß ich nicht so genau. Die fand ich ein bisschen schwieriger. Aber die hier und dann haben die auch noch diese Evergreen und so weiter gehabt. Da haben die echt einen rausgehauen. Mega Empfehlung von meiner Seite aus. Von meiner Warte. Dann gibt es eine neue Marke bei Purish. Da werde ich euch auch tatsächlich dann noch bei Instagram Reels und so weiter machen, wo ich die swatche. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und die Pinsel werde ich dann auch noch mal so in Anwendung nehmen. Das ist die Marke Kala Cosmetics. Das ist so ein bisschen, wenn ihr Bock drauf habt, euch zum Beispiel von Danisa Myricks die Lightwork 5 Palette zu kaufen. Ihr aber nicht bereit seid, was ich vollkommen nachvollziehen kann, 150 Tacken für so eine Palette auszugeben. Dann hat Kala Cosmetics eben diese krassen Duochrome Eyeshadow-Geschichten. Mono-mäßig. Ich bin ja eigentlich kein Mono-Fan, aber ich glaube, da macht das einfach Sinn. Multi-Chrome, Opel Multi. Da habe ich mir einfach verschiedene Farben jetzt so bestellt, konnte ich halt bei Purish. Und also die habe ich zugeschickt bekommen. Einmal habe ich hier die Farbe. Ich nehme es, glaube ich, am besten hier raus. Auch wenn das, also es kommt halt alles so einzeln verpackt an, dass es halt auch geschützt ist und so. So, da habe ich einmal hier, also es gibt verschiedene Farben. Ich habe mir jetzt ein paar davon nur bestellt. Den Neverland. Das ist ein Pressed Multi-Chrome. Und das ist halt einfach in so einer Mono-Lidschatten-Verpackung, die ich persönlich jetzt nicht super hochwertig finde. Aber es kommt ja auf die Qualität des Produktes an. Und das sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Also sehr vielversprechend. Und das kann ich mir halt auch genauso wie jetzt hier, ne, komplett auf dem Lid vorstellen. Dann habe ich die Farbe Snooze gewählt. Das ist mehr so in die Richtung Lila, Pink, Grün. Ganz aufregend auch, ne. Ja, auch so ein, ja, das kannst du besser bei den Swatches sehen. Wie gesagt, da mache ich euch am besten auch wirklich ein separates Geschichtchen für. Und ein Opel Multi-Chrome, die sind auch ein bisschen weicher, glaube ich, gepresst. Sind perfekt für den Inner Corner geeignet. Oder halt auch komplett übers Auge. Je nachdem, wie man es so mag. Der hat so rosa Sparkles auch mit drin, aber auch so ein bisschen was Bläuliches. Nightfall ist hier die Farbe, die ich habe. Und wie gesagt, da kommen noch Swatches zu. Ebenso zu diesen Pöttchen, die es auch gibt, ne. Auch das fand ich ganz interessant. The Possibilities are Endless Safe. Das sind Silky Gel Eyeshadows. Ich fand das sah so schön aus. Also die mussten auf jeden Fall, die muss ich euch, die müssen wir uns angucken. Lullaby Shadow Potion habe ich jetzt hier. Wow, kriege ich das mal auf hier. Was ist hier los? Achso, vielleicht etwas weniger drücken. Wow, okay. Ja, also vielleicht kann man die auch super in Kombination mit dem Mono so verwenden. Ich glaube, das kommt dann ganz gut, ne. Wahnsinn. Also da immer schön dieses Täfelchen oben drauf machen, dass das Ding nicht austrocknet. Das ist ja oft immer so ein kleines Problem bei solchen Geschichten. Dann in der gleichen Geschichte, also auch eine Shadow Potion, Silky Gel Eyeshadow, habe ich mir den Night Terror bestellt. Ja, doch, ich glaube, ich hatte mir das sogar so überlegt, ne, dass ich den Night Terror zusammen mit dem Snooze auch verwende. Mal gucken, wie das dann so wird. Auch hier, ne. Also der erste Dreh ist ein bisschen, muss man aufpassen. Oh, hei, 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 das ist schon krass, ne. Das ist schon richtig krass. Und ich glaube, damit kann man sich auch so einen richtigen Carti-Liner ziehen. Also das stelle ich mir richtig hardcore geil vor. Dann habe ich mir auch noch zwei bestellt von diesen Opel Shadow Potions. Einmal in Cozy und einmal in Rockabye Baby. Cozy, also da kann Too Faced von der Palette her, glaube ich, nicht unbedingt gegen anstinken, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Cozy, oh mein Gott, ja, wie schön möchte ein Ton aussehen, ne. Oh, das ist so richtig kühl, Winter-Vibes und da habe ich einfach Bock drauf. Ich bin auch gespannt drauf, wie die so performen werden, ne. Dass ich mal mir Monos bestelle, oder? Ja, aber ich fand es interessant und ich fand es einfach so vom Gedankengang her ganz, ganz klug, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht nicht so eine Komplett-Palette haben, wo du auch vielleicht Töne mit drin hast, die man vielleicht dann einfach nicht braucht oder so. Sammy gnebbelt da vorne gerade an seinem Spiel hier rum, nicht wundern. Rockabye Baby habe ich jetzt hier. Ich habe direkt einen Ohrwurm. Wow, okay. Sehr, sehr cool. Ja, und dann habe ich hier noch ein Pinsel-Set von Carla Cosmetics. Das wollte ich mir auch mal anschauen, Six-Piece Essential Brush Set Collection. Das kommt so daher. Das ist ganz hübsch, auch so als kleines Geschenk zu Weihnachten. Klar, Ihnen ist gut, das ist ja gar nicht mehr so günstig. Und dann sind dann hier auch die Pinsel drin. Als Präsentation ein bisschen schwierig, finde ich irgendwie, ne. Also du kannst es nämlich nicht so rausziehen. Schwierig, okay. Wir schauen uns jetzt einfach mal so einen an, wie die so von der Qualität sich anfassen. Ja, würde ich schon vergleichen mit Luxi, ne. Ja, doch, macht Sinn. Sieht hübsch aus. Muss ich mal ausprobieren, wie die auf die Farbe greifen und so. Das ist ja auch die Frage aller Fragen bei sowas. Als nächstes möchte ich euch super gerne mal die Marke Nights Beauty vorstellen. Die hat Maxim jetzt ja gegründet. Und da hat er jetzt auch schon ein paar Produkte auf den Markt gebracht, die ich mir auch bestellt habe. Und wo ich einfach gespannt drauf bin, wie die so performen werden. Danke, dass du unser kleines Business unterstützt. Finde ich total schön. Also der hat ja schon vorher Magyamo Beauty gehabt, wo ich mir jetzt auch nochmal das Pinselset bestellt habe. Den gab es für Umme mit dazu, für die ersten Bestelle. Richtig süß. Und auch das Microfiber Multitool habe ich das bestellt. Oder hat er mir das beigelegt? Das weiß ich gar nicht. Liebe ich auf jeden Fall. Und ja, dann gibt es dort halt auch noch diese Produkte von Nights Beauty. Das sind Seifen, die du sowohl für die Hände ganz normal zum Händewaschen nehmen kannst, aber auch für den Körperwulf verwenden kannst, ohne dass es den Körper zu sehr austrocknen würde. Das sind verschiedene Geschmacksrichtungen, wollte ich schon sagen. Duftrichtungen. Einmal habe ich Naturale, Limone Siciliano und Flore di Lavanda. Und hier bin ich einfach gespannt, wie das Ganze so daherkommt. Also das wird irgendwie in einem anderen Faktur auch hergestellt. Ja, das riecht soweit einfach nur nach Seife. Da gucken wir uns mal ein Seitenstück an. Und es riecht einfach sehr pudrig. Oh, wie schön ist das denn? Das hatte ich ja gar nicht gesehen. Guckt mal. Da ist so ein Pressing auch drin. Das ist ja hübsch. Oh. Sehr cool. Sammy denkt die ganze Zeit, ich würde hier was für ihn auspacken. Nesselt um mich herum. Junger Mann. Sie haben da hinten zwei Spielzeuge. Und, 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 und. Mensch. Okay, also das habe ich mir auf jeden Fall bestellt. Dann Limone Siciliano. Da bin ich auch gespannt. Ich bin ja eigentlich kein Limone-Fan. Aber wenn es gut riecht, dann hat er mich. Da sind 30 Gramm drin. Oh, wow. Das ist sehr intensiv. Das würde ich wirklich nur für die Hände verwenden. Hier haben wir kein Pressing drauf, aber dafür haben wir hier einen Farbverlauf. Das sieht natürlich auch hübsch aus, ne? Ja, richtig cool. Und ich habe hier so ein Magnetvieh, was ich dann hier reindrücke. Und dann kann ich das per Magnet einfach an der Wand befestigen. Vegan und Cruelty-Free sind die Produkte natürlich von Maxim. Und dann habe ich hier die Lavendel-Handseife. Und hier haben wir dann, glaube ich, auch 30 Gramm drin. Das ist diese hier. Oh, ich mag Lavendel-Duft, ne? Das ist aber nicht zu aufdringlich. Da ist der Limon-Duft deutlich krasser unterwegs. Oh, das ist hübsch. Das ist wirklich hübsch. Guckt euch das mal an. Ne? So ein bisschen marmoriert. Sehr, 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 sehr dezent. Aber angenehm. Weil ich glaube, viele würden nicht gerne von Lavendel übermannt werden. Das riecht sehr angenehm. Und zu guter Letzt gibt es Duschbomben bei Nights Beauty. Und das fand ich sehr interessant. Klar, wir haben jetzt auch eine Badewanne, die ich auch sehr gerne demnächst mal benutze, weil wir endlich auch eine Tür in dem Badezimmer haben. Und hier haben wir dann etwas für die Dusche. Werde ich mir gleich auch, wenn ich dusche, mal mit unter die Dusche, wie oft kann man Dusche sagen, ja, nehmen. Und das sind halt so einzelne Tabs. Finde ich sehr, sehr interessant. Riecht auch sehr angenehm. Einfach sehr angenehm. Grün würde ich das einfach nennen. Ich weiß gar nicht, wonach das riechen soll, aber das riecht angenehm. Da bin ich mal gespannt, auf welche Aromareise Maxim mich dann nachher unter der Dusche nehmen wird. Okay, so. Richtig cool. Schaut gerne bei Maxim vorbei. Bei Nights Beauty verlinke ich euch mal gerne in der Infobox. Habe ich aber selber bestellt. Dann schauen wir mal, was ich mir bei Sephora bestellt habe. Glücksräder. Schlimm. Man konnte da ein Glücksrad drehen und dann hat man irgendwie... Nee, man konnte irgendwas fangen. Keine Ahnung. Die hatten so ganz verrückte Sachen auch zum Black Friday oder um Black Friday rum. Und ich habe dann irgendwie einen 25% Rabatt auf Too Faced bekommen. Ja, ihr habt eben schon mitbekommen, dass ich ein bisschen was von Too Faced mir wieder mal angucken wollte. Und da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die ich noch gar nicht hier habe. Zum einen habe ich hier den Better Than Sex Eyeliner von Too Faced Perfection in One Stroke. Und das hat halt so eine Brush vorne dran. Ich habe jetzt gesehen, dass L'Oreal jetzt aber auch so eine Brush-Bürste rausgebracht hat. Beziehungsweise nicht nur gesehen, ich habe es heute auch angewendet. Was natürlich immer ein Vielfaches günstiger ist. Aber gut. Wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Vielleicht schminke ich sogar tatsächlich mal einen Full Face... Too Faced oder so. Mal gucken. Hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Dann habe ich mir auch den Moon Crush Highlighter gegönnt. Der war reduziert. Das fand ich sehr interessant. Und dann halt nochmal 25% Rabatt runter. Habe ich in der Farbe Shooting Star. Da fand ich gar nicht so leicht, die richtige Farbe für mich auszuwählen. Muss ich gestehen. Das fühlt sich hier vorne ein bisschen klebrig an. Okay. Sehr hübsches Potty Pocket Design, ne? Stehe ich total drauf. Okay. Ist mir gerade irgendwas rausgeflogen? Ich weiß es nicht. So schaut der aus. Ich bin sehr gespannt, wie der sein wird. Ich werde den jetzt mal swatchen. Ich hoffe, dass er jetzt nicht irgendwie... Oh, ist der schön. Zu glitzernd ist oder so. Nein. Der ist eher subtil. Ach was. Ach was. Sehr subtil, ne? Sehr subtil. Ich glaube, das kann was werden. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Und dann habe ich mir auch noch den Lip Injection. Lip Liner bestellt. Den habe ich Extreme Lip Shaper in der Farbe Puffy Nude. Puffy Nude. Kannst du wahrscheinlich auch zu super vielen Lippenfarben tragen. Dürfte sogar jetzt gerade auch zu meiner Lippenkombi ganz gut passen. Und der soll dann ja auch gleichzeitig noch irgendwie die Lippen aufklampen. Finde ich sehr aufregend. Wunderschöne Verpackungen. Die haben es einfach drauf, ne? Also hier allein schon wieder dieses... Oh, dass da Glitzy Flitzy am Start ist. Ja, moin. Ach so, und das muss man hier hinten drücken. Dann kommt das oben raus. Okay, mache ich jetzt gerade nicht, weil dann kann ich es nicht wieder zurückdrehen. Sowas finde ich immer ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Aber naja, musst du halt ein bisschen was... Musste dich ein bisschen mit anfreunden. Okay, nun, das war jetzt mal eine Bestellung, die ich bei Sephora getätigt habe. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu Awesome Beauty. Da plane ich nämlich ein Fullface. Die haben eine, ein, ein, eine, nein, nicht nur eine. Die haben sehr viele Neuheiten. Und das fand ich sehr ansprechend. Und die habe ich mir bestellt, weil ich habe das Video von Maxim gesehen. Und, äh, jo, genau. Und von, ähm, genau. Genau, von Frühlingsrulina, von Alina habe ich das auch gesehen. Ich setze euch, oder ich schreibe euch hier mal beide Codes hin. Da könnt ihr mal schauen. Ähm, ich glaube, you, also yt-Maxim und yt-rulina oder Frühlingsrulina müsste das sein. Da bekommt man immer Rabatt, ne? Und wenn ihr über die Links in der Infobox von mir geht, bekomme ich eine kleine Provision. Und, äh, ich glaube, wir teilen uns dann quasi die Provision, weil die den, die Provisionen über den Code bekommen und ich quasi ein Teil dann durch den Link. Und weil ihr dann quasi über meinen Link geht und deren Code verwendet, bekomme ich zwar weniger Provisionen, aber die kriegen auch Provisionen. Wie oft kann man Provisionen sagen? Läuft bei mir. Auf jeden Fall. Gibt es eine Limited Edition von dem, ähm, Spray, von dem Fixing Spray. Und zwar das Sparkling Make-Up Spray mit Niacinamiden. Und das habe ich hier, genau. Soll man vorher schütteln? Hat auch Schimmer mit drin. Da hoffe ich, dass es nicht macht, dass mein ganzes Gesicht nachher, äh, irgendwie mit den Sternen um die Wette glitzert. Make-A-Wish Golden Eyes. Mal gucken, was dazu ist. Bin ich gespannt drauf. Online sah das wirklich hardcore aus. Ähm, ich meine, es passt halt auch irgendwie, weil wir alle auch so ein bisschen, ähm, sparkling jetzt unterwegs sind Richtung Heiligabend, Richtung Weihnachten. Nein, du hast nicht so viel Glitzer hier mit drin, wie ich online gesehen und befürchtet hatte. Das ist einfach, äh, nur ein bisschen. Okay, okay. Dann schauen wir mal, wie das dann auch auf dem Gesicht wird. Das werden wir zusammen machen. Und, äh, ja. Video folgt, ne? Es ist allerhand in Planung. Offensichtlich. Dann habe ich ja auch noch den, äh, die Cat Eye Volume Mascara. Lasse ich jetzt in ihrer Verpackung. Es ist halt eine Mascara. Da haben viele Influencer halt, äh, positiv drüber berichtet. Dann den Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Almond. Der war neu. Fand ich interessant. Wollte ich mitnehmen. Und, äh, dann halt im Full Face auch mit reinbringen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt ein Concealer sein soll oder ob das einfach eine Everyday Wear Augencreme ist. Fresh Eyes Tinted Eye Cream. Gab es nämlich nicht in verschiedenen Farben. 10 Milliliter. Und, äh, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an, ob das was werden kann. Getönte Augencreme. Für einen frischen Blick. Weiß ihr Bescheid. Auch die neue Foundation habe ich mir bestellt. Die soll jetzt ja quasi mit einer überarbeiteten Formulierung sein. 30 Milliliter in der Farbe 180 Rose Fair. Und ich glaube, dass das meine Farbe werden könnte. Ah, kann ich jetzt mal schauen. Ich glaube, das könnte was werden. Weil Maxim hatte die auch getestet und hatte in seinem Video gesagt, dass die hellste Farbe irgendwie leicht gelbstichig wäre. Oh Gott, sieht die gut passend aus. Und als sie noch in der alten Formulierung war, ähm, war das nix für mich, ne? Ui, 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 ui. Das könnte sehr gut passen. Ne? Das könnte wirklich gut passen. Ha. Dunkelt aber ein bisschen nach. Da muss man dann vielleicht einfach mit Puder ein bisschen ausbessern. Mal schauen. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf, wie sich das alles so verhält. Und wie das so funktioniert. Yay. Dann habe ich mir noch den Lash & Liner Glitter... Ach, genau. Den Glitter Lash & Liner gekauft. Genau. In der Farbe Gold Blink. Ähm, ja. Werde ich aber dann nur als Eyeliner verwenden. Also, ich bin nicht so ein Fan davon, mir jetzt irgendwie goldene Wimpern zu malen. Das ist halt ein Eyeliner. Und dann hast du da noch so... Das gab es mal von H&M auch so ähnlich. Und dann hast du da noch die Möglichkeit, dir damit auch die Wimpern zu tuschen. Das war ich eh nicht. Aber gut. Finde ich klasse. Den Highlighter-Stick, Cream-Highlighter-Stick in der Farbe Golden Gala... Nein, Jackpot habe ich mir auch gekauft. Den können wir jetzt auch mal swatchen, ob das was ist. Aber ganz ehrlich, bislang... Gut, die Too Faced-Palette war ein bisschen schwach unterwegs. Aber bislang, das, was ich geswatcht habe, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das kann echt was werden. Ich glaube, die Unverschockung brauche ich auch nicht mehr. Oh. Der ist schon sehr gülden. Sehr, sehr gelb, ja. Aber wenn ich den ausblende, geht der. Den würde ich mir dann aber auch versuchen, über meinen Puder aufzutragen. Weil ansonsten ist er mir sicherlich zu schwach. Ihr seht es ja auch kaum jetzt auf der Hand, ne? Kaum, kaum, kaum. Was für den Alltag schön ist. Aber ich bin halt auch gerne jemand... Offensichtlich mag ich gerne Make-up und trage es auch sehr intensiv. Dann habe ich mir auch noch die Eyeshadow-Base mitbestellt. Mit 8ml. Das ist einfach ein Eyeshadow-Primer. Ja, ich habe auch Lidschatten von M. Asam. Und das werde ich auch dann in dem Video verwenden. So eine blaue Palette ist es, glaube ich. Und dann gab es noch eine Retinol-Probe mit dazu. Das Retinol von Asam vertrage ich leider nicht so gut. Da verwende ich einfach lieber das von Dalton. Kann ich euch auch wärmstens empfehlen, tatsächlich. Nochmal tatsächlich. Genau, das wird aber weiter wandern, ist ja nicht schlimm. So, ein bisschen was habe ich hier noch. Drei Shops. Also, zum einen hat mir auch MeinPunkt eine Weihnachtspost zukommen lassen. Lindfrohes Fest gab es hier einmal ein paar Showkeys. Sowas finde ich immer sehr charmant, wenn man von den Kooperationspartnern auch ein bisschen was so zu Weihnachten bekommt. Genau, und dann habe ich hier noch Merry Christmas drin stehen. Ihr könnt bei MeinPunkt mit Claudi223 immer die Versandkosten sparen. Also, dann ist es weltweit versandkostenfrei. Und die haben halt auch immer krasse Rabatte. Schaut da super gerne mal vorbei. Ich trage jetzt auch gerade Ohrringe wieder von MeinPunkt, die ich sehr, sehr hübsch finde. Und, ja, genau. Und da wird mir auf jeden Fall... Oh, es gibt noch einen Code. Das ist schön. Wir wünschen dir von Herzen... Also, es ist zum Nikolaustag gewesen. Liebe Claudia, wir wünschen dir von Herzen einen wundervollen Nikolaustag. Wir hoffen, unser kleines Geschenk gefällt dir. Für deine Zuschauer haben wir auch eine tolle Überraschung. Mit dem Code XClaudia30 sparen deine Zuschauer 30% auf den Versand... Und den Versand. 30% auf den Versand wäre ein bisschen traurig. Bis zum 24.12. Mensch, gut, dass ich das Video noch mache. Gönnt euch, wenn ihr möchtet. Ist auch in der Infobox verlinkt. Ausgeschlossen sind natürlich Gutscheine, Pflege und Service. Macht Sinn. Genau, und da... Voll cool. Das ist ja nett. Da haben die auch nochmal unterschrieben. Ach, das finde ich schön. Wir wünschen dir von ganzem Herzen ein fröhliches Weihnachtsfest im Kreise deiner Lieben... Und einen guten Start ins neue Jahr für Glück, Erfolg und Gesundheit. Mit den liebsten Weihnachtsgrüßen. Dein Team von MeinPunkt. Da haben dann auch meine beiden Ansprechpartnerinnen unterschrieben. Das finde ich lieb. Ähm, ja, cool. Also, X Claudia 30, ne? Wusste ich gar nicht. Schön. Also, ich hau hier auch gerade nochmal kurz raus. Vielleicht ist das auch so eine Art Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Video. War nicht so geplant. Dann habe ich hier nämlich auch noch so ein kleines Schächtliche von MeinPunkt hier mit dabei. Das ist auch süß eingepackt. Ach, Mensch. Da hat es echt hier... Also, habe ich nicht mit gerechnet. Wie schön sind bitte diese Ohrringe. Oh, ist das hübsch. Die sind richtig funkelnd. Oh. Die sind schön. Das sind... Oh. Voll mein Vibe. Das mag ich. Oh. Ich habe in irgendeinem Adventskalender so eine Schneeflockenkette drin gehabt. Dazu diese Ohrringe. Traumhaft. Werde ich demnächst tragen. Werdet ihr sehen. Dann habt ihr jetzt schon mal gesehen, wo es herkommt. Megageil. Also, vielen, vielen Dank für MeinPunkt. Richtig cool. Also, das ist ein tolles Nikolausgeschenk. Ihr Lieben, ich habe noch zwei Sachen. Und zwar habe ich bei Meg bestellt. Da gab es so eine Mysterybox. Falls es die noch gibt, ist sie natürlich auch in der Infobox verlinkt. Für 59 Euro konnte man die kaufen und hat drei Produkte dann bekommen im Wert von 117 Euro. Das sind meine. Ich glaube, alle haben auch irgendwie die gleichen bekommen. Zum einen ist es die Meg's Deck Mascara, die wirklich großartig ist. Und die hat ja schon mal einen Derbenwert von, keine Ahnung, 30 Euro oder so. Eine meiner Top-Mascaras dieses Jahr. Auf jeden Fall eine mega Empfehlung. Es ist so oft vorgekommen, dass wenn ich halt andere Mascaras auch getestet habe und die nicht so gefallen haben, dass ich die Meg's Deck dann da drüber gegeben habe. Und das war Vavavum. Richtig geile Mascara. Mega cool. Dann habe ich mir auch noch, äh, habe ich nicht. War in dem Set mit drin. Lip Pencil von MAC in der Farbe Sore. Den müsste ich aber haben. Das ist halt so ein ganz klassischer Ton. Auch der wird jetzt heute zu meiner Lippenkombi super passen. Ähm, und die MAC Lip Liner sind sehr, sehr gut. Aber sehr, sehr teuer. Da freut man sich, wenn du es in der Box hast. So hast du ja quasi pro Produkt 20 Euro bezahlt. Ne? Ähm, so schaut der aus. Finde ich hübsch. Ich habe ja auch den MAC Adventskalender ausgepackt. Ich glaube, da war der sogar drin. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber, finde ich krass passen. Ähm, nun. Ja. Äh, hast einen Lip Liner mit dabei. Also du hast was für die Augen, für die Lippen. Und dann haben die hier auch noch ein Base-Produkt mit reingepackt. Das ist Hyper Real Glow. Ich bin ja auch am überlegen, ob so ein Full-Face MAC für euch eine coole Nummer wäre. Schreibt es gerne mal. Ähm, würde ich tatsächlich gerne auch mal schminken. Weil eigentlich haben die ganz coole Sachen. Und man sieht gar nicht mehr so super viel von MAC hier auf YouTube und so. Hier muss ich mal schauen. Also das sind eigentlich drei Highlighter-Tülle, die mir eigentlich auf den ersten Blick alle zu dunkel sind. Ne? Da muss ich schauen. Ich habe eigentlich auch andere Highlighter von MAC da, die ich dann auch ins Full-Face mit reinpacken würde. Ich glaube, das ist eher so ein Produkt, was dann demnächst mal in Verlosung zu finden sein wird. Gold Coasting, Get It Glowing und Rosy Cheer heißen die Töne. Hört sich schon so per se etwas dunkel für mich an. So. Last but not least habe ich bei Douglas bestellt. Und das war auch wirklich noch zu Black Friday. Da gab's Sale, da gab's alles Mögliche. Und da habe ich zugeschlagen. Auch da wieder so ein kleiner Hinweis. Es gibt demnächst auch ein Full-Face Nui oder Nui? 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 Ja. Da habe ich euch den Adventskalender auch zu ausgepackt. Und da habe ich beim Adventskalender-Unboxing auch gesagt, dass ich gerne ein Full-Face schminken würde. Und zu Black Friday habe ich dann zugeschlagen. Einmal der Cream Concealer in der Farbe 1 Kamaka. Da habe ich so lange überlegen müssen, welche Farbe da wo passen könnte. Das war echt interessant. Und habe mich dann letztendlich halt für diesen hier entschieden. Und eins ist ja, glaube ich, auch die hellste Farbe dann da. Ja. Und das wird dann, wie gesagt, auch im Full-Face. Huch! Mit Beipackzettel. Nui ist Naturkosmetik und Sacken hochpreisig eigentlich auch. Ne? Genau. Steht hier auch ein MAD drauf oder so. Sonst hast du das super häufig auf den Produkten nämlich drauf. Hier ist es tatsächlich nicht der Fall. Sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Schaut so einmal aus. Und ja, dann hoffe ich, dass die Farbe passt. Etwas gelbstichig, würde ich sagen. Aber das schauen wir uns im Full-Face genauer an. Ist so ein bisschen aufgemacht wie ein Monolidschatten. Dann habe ich mir auch noch bestellt hier die Mascara Pango. Ich glaube, das war extra eine kleine Größe oder ist das eine Full-Size? Weiß ich gar nicht. 7,5 Milliliter. Nee, das ist keine Mini-Größe. Ich meine, dass ich nämlich mal eine hatte und die ist mir ziemlich eingetrocknet. Deswegen habe ich mir jetzt mal eine neue bestellt. Dann habe ich hier noch mir die Foundation natürlich bestellt in der Farbe 1 Intense Canapa. Diese Bezeichnungen sind echt verrückt. Ja, ist eine Glasgeschichte. Kommt so daher. Und da sind 30 Milliliter drin. Das werde ich mir dann auf der Haut einfach mal mit euch zusammen anschauen. Und auch für Primer und so weiter habe ich ja auch in dem Adventskalender quasi Produkte drin gehabt. Also auch so Creme und so. Das kann man dafür dann zweckentfremden. Sun-Kissed Multi-Stick in der Farbe Iraya. Habe ich mir auch bestellt. Das ist ein Highlighter-Stick. Der, okay. Also muss das so? Weiß ich nicht. Sieht halt nicht so glatt an der Seite aus. Aber es sieht nun mal so aus. Ich glaube, das muss nicht so. Nee, weil wenn ich ihn jetzt zurückdrehe, bleibt das Produkt oben. Ich würde mal sagen, schlechte Lagerung. Das darf eigentlich bei dem Preis nicht passieren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ist nun mal so, man kann Sachen auch sauber machen. Das ist ja nicht schlimm. Aber das hängt hier irgendwie auch alles an der Seite und keine Ahnung. Wir swatchen den jetzt mal. Oh. Der schmilzt richtig schön. Hat auch einen eher güldenen Unterton. Ich kann den da nochmal. Oh, aber der sieht sehr schön aus. Hier ist es einfach nur einmal so aufgetragen, ohne es zu verblenden. Und hier unten drunter habe ich den verblendet. Der sieht sehr hübsch aus. Sehr dezent. Und das wird richtig pudrig. Also das ist richtig krass Cream to Powder, ne? Das ist schön. Okay, ja. Das war jetzt ein bisschen verrückt. Jetzt sieht das Produkt aus wie Hulle. Schön. Dann gab es bei Douglas auch tatsächlich noch die Essence Merry Christmas Limited Edition. Mein Hintern ist eingeschlafen. Es tut mir leid. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen was von bestellt, weil ich die einfach so hübsch fand. Einmal, wie hübsch kannst du sein? Glitter Lip Beautifier. Der sieht so hübsch aus. Die Verpackung sehr, sehr, ne? Ist halt günstig. Ist ja auch ein günstiges Produkt. Aber wie wunderschön. So mit Sparkles drauf. Wunderschön. Dann habe ich hier noch den Merry Christmas My Dear Jumbo Eyelighting Crayon. Ja, so für den Inner Corner. Der hat auch so Sparkles mit dabei. Ihr habt sicherlich schon diese LE in Anwendung irgendwo gesehen, ne? Die ist ja auch schon eine ganze Weile auf dem Markt. Dann habe ich hier auch noch den Liquid Blush mir bestellt. Der war ja überall gefühlt ausverkauft. Bei Douglas gab es den noch. Da habe ich mich gefreut. Das ist ja mit diesem komischen Puffelding. Da. Finde ich witzig. Offensichtlich. Da mache ich mir mal einen Tupfer da so hin. Verblende den mal so ein bisschen. Oh, das macht der auch schön. Der riecht auch ein bisschen süß. Das sieht auch gut aus, ne? Sehr stark pigmentiert. Wow. Und das letzte Produkt, was ich bei Douglas bestellt habe und auch das letzte Produkt aus diesem Haul, ist der Highlighter. Da muss ich mal gucken, ob der passt oder nicht. Shine Golden My Dear. Der sieht super dunkel aus, ne? Da muss ich mir nochmal Swatches etwas genauer angucken. Der sitzt sehr locker hier drin. Okay. Bitte fall nicht raus. Ich fand einfach das so hübsch und wollte das einfach, weil das, ach guck mal, ach guck mal, wie das hier auf der Verpackung aussieht. Mit diesen, ne? Das sieht ja so ein bisschen auch aus wie ein Rentier mit den, hier, mit den Ohren oder mit dem Geweih quasi und hier ist das Gesicht. Schon hübsch, ne? Ja, das hier sind jetzt so ein paar Neuzugänge von mir gewesen. Ihr habt jetzt so ein paar Spoiler bekommen, was in den nächsten Wochen für Videos auch so online kommen werden. Also die Party geht ab. Ihr Lieben, das wär's hier von mir gewesen. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen Inspo geben. Vielleicht habt ihr euch auch einfach nur berieseln lassen. Lasst mir auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Das fände ich echt cool. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.